. Meine Sebastian, hättest du mal einen Schluckerl, ich muss meinen Arzen einnehmen. Da bitte, Oma. Du bist ein guter Buhl. Oma, was nimmst du da überhaupt so alles? Das ist mein Dresablingsforte, das ist viel Blutdruck Und da haben wir noch das Mugamin, das ist zum Blutverdüngen. Und das ist mein Hexarexal, das ist gegen Osteoporose. Und da haben wir noch das Normanin für meine Nieren. Das ist schon heftig, was du dir alles so neidrisch tust. Nein, wenn du dann mal so alt bist wie ich. Das ist fast genauso wie bei mir. Pass auf. Die Weißen, die nimmst du vor der Party zum Aufputschen. Und die nimmst du nachher, damit du wieder runterkommst. Und die Gelben, wenn du nimmst, dann siehst du total geile Farben überall. Und da, da sind alle Leute total nett, wenn du das genommen hast. Und mit der Grünen, da schießt du dich komplett ins Nirwana. Jesus, du! So jung und schon so krank! Freude! Also, servus, ich muss jetzt zum Seniorentanz. Und ich muss ins Bett. As Englade! Yahoo! Yahoo!